so liebe leute ja ich hab mir gedacht dass ich von call of duty ein bisschen was hier ein bisschen was hier zocke hier sind ein paar minen richtige minenfeld gelandet hier war mal wieder so ein kleines dings ausprobieren hier wo ist er da oben jetzt den habe ich die da oben habe ich auch jungen man sieht hier gar nichts alter heftig man sieht sie gar nichts kostet eine einzelne f 22 135 millionen ja das ich doch gar nicht wissen ,, ,, ,, ,, ,, ,, x also auf kameraden hoppla leute ich hab wieder mein kamerad kamerad ich sehe nichts in dem rauch hier ja witzig ziel erfasst junge ich sehe ihn Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Ah, so ist es schon besser. Und Bombe! Das war's für heute. 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 Roach, Roach! Das war's für heute. 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 Und... Und... Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. 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 Und... Was denn? Äh... Ne, ich probier grad was Neues aus, hier so ein Video zu schneiden. Guck mal, ob das funktioniert. Ey, warum schiebt er denn nicht? Komm, weiter geht's, Herr. Komm, weiter geht's. Fuck, falsche Richtung, Mann. Fuck, falsche Richtung, Mann. Ey, ich krieg das Ding nicht, Alter. Da stehen 500 Millionen Leute. Wie soll ich das Ding denn kriegen? Scheiße, Mann, Alter. Verwägung! Sie setzen westlich vom Haus weitere Truppen ab. Sie müssen beim Bootshaus sein. Westflanke sichern. Am Esszimmerfenster sind 240er Raketenwerfer aus L86 MGs. Roach, ich sichere vorne. Holen Sie die DSM. Wir müssen hier raus. Verstanden. Wir müssen sie damit erledigen, wenn sie aus den Bäumen kommen. Der Transfer ist abgeschlossen, Roach. Er schießt mich einfach ab, ey. Er steht einfach hier unten wie so ein Mettwuss-Körper. Komm, mach schnell. Hab ich's. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind auf dem Weg zur Landezone. Gehen wir, Roach. O-Zone. Braucht Deckung. Bestellte ist. Kontakt auf 11 Uhr. Roger, es ist nicht. War zu wiesen. Erkitzwerfer. Ey, ich hab dir doch 300.000 Kugeln im Körper geschossen und er stirbt nicht, ey. Alter. Gefühlt eine Million Platzpatronen im Kopf geschossen. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind auf dem Weg zur Landezone. Gehen wir, Roach. Erkippenwerfer. Blatt, Sie lassen sich den Blatt. O-Zone. Registriere Aktivität. Habt sich nicht ab, nein. Bin unterwegs. Wir sind auf dem Weg zur Landezone. 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 Aua, Junge! Aua, Junge! Aua, Junge! Aua, Junge! Alter, war ein Wichser, Junge! Aua, Junge! Jetzt wird er mich anzünden, Leute! Guckt euch den an, ey! Der zündet mich an! Erstmal eine Zigarette-Raum. Nee, zündet er mich einfach an, ey! War ein Wichser! War ein Ehrenloser! Ehrenlos, ey! Richtig ehrenlos von ihm! Ja! Richtig! Ich musste so eine DSN-Karte holen, so eine Karte holen. Und jetzt habe ich mich gerade umgebracht. Wichser, ey! Okay! Roach! Ghost! Common, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand! Sie sind tot, so! Shepard hat aufgeräumt! Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück! Shepard hat uns verraten! Dafür muss man jemandem vertrauen! Das tat ich nie! Nikolai, kommen! Haben Sie unsere Position! Positivpreis! Aber nicht nur ich! Shepardsmänner befindet sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen! Dann müssen wir sie alle erledigen! Order! Wir lassen Sie sich gegenseitig erledigen! Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund! Oh! Aus dem Hubschrauber raus! Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen! Vertrauen Sie niemandem! Wir setzen uns auf! Die Beine sind nicht aufgeräumt! Das muss ich selbst versuchen! Ich bin sie nicht aufgeräumt! Wir sehen uns aufgeräumt! Worte! Der coole! Hier! Die Beine ist bei der anderen Seite, binden sie ganz muscles! Ich bin hiermit! Ich bin hiermit! Ich bin hiermit! Nein! uku.. Seid die Beine! Die Beine ist zu ihm jetzt! Ja, ja! Nikolai, hier ist Price. Die Landezone ist heiß. Wiederhole. Die Landezone ist heiß. Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich da bin, okay? Wie Sie meinen, Nikolai. Aber beeilte sich. Ah, schade. Den habe ich nicht gesehen, den kleinen Wichser. Den kleinen Stecher hier. Popoficker. Popoficker 3000 hier. Guckt euch den da unten an, ey. Oh, den habe ich die Eier weggeschossen. Der ist kastriert für die nächsten 30 Jahre. Zum Sammelfock begeben. Los, los, los. Nikolai, hier ist Price. Die Landezone ist heiß. Wiederhole. Die Landezone ist heiß. Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich da bin, okay? Wie Sie meinen, Nikolai. Aber beeilen Sie sich. Schade. Ich komme da wieder nicht durch. Ist dat wieder herrlich, Leute, wa? So, Shepard will uns und Vakarov gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im West. Vertrauen Sie niemandem. Geil. Oh! Da, geht es nicht mit mir. Geil. Oh! Zum Sammelfolk begeben. Los, los, los! Nikolai, hier ist Price. Die Landezone ist heiß. Wiederhole, die Landezone ist heiß. Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich dort bin. Okay? Wie Sie meinen, Nikolai. Aber beeilen Sie sich. Was ist denn? Okay. Oh, 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 oh. Soap, Makarovs und Shepard's Männer sollen sich möglichst gegenseitig ausschalten. Wir können mit ihren Funkgeräten ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsheld. Er hat ihren Einsatzplan und einen Blankoschenk. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass Sie es keine Woche schaffen werden. Genauso wenig wie Sie. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Price. Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darum freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakai, wenn Sie zuerst da sind. Ach, jetzt hat er mich mit der Granate getötet, diese Wurst. Ach, jetzt hat er mich mit der Granate getötet, diese Wurst. Hey, wo kommt der denn weg, Mann? Kann doch nicht wahr sein, Junge, dass er mich von hinten nimmt, ey, dieses Schwein. Wie Sie? Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Price. Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darum freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakai, wenn Sie zuerst dort sind. So, Sie müssen sich nicht feststrageln. Sie müssen weiter nach Westen zur Strafbahn. Hey, komm. Lass mich da doch einfach durch, Junge. Kriegst du auch Eis von mir, Alter, von mir aus. Oh, das ist nervig, ey, wenn du da nicht durchkommst. Sie wissen, wo das ist. Was ist ein Schwein, Alter. Darum freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakai, wenn Sie zuerst dort sind. So, lassen Sie sich nicht feststrageln. Sie müssen weiter nach Westen zur Strafbahn. Nikolai, wo zum Teufel sind Sie? Sandstürme rund um Kandahar, Captain Price. Ich muss hier umfliegen. Ey, mein Gott, Alter. Es ist nervig. Es ist einfach nur nervig. Die sollen mich einfach durchlassen hier. Ich tue denen schon nix. Du gehst mal um den Piss hier. Spaß hier, Alter. Verpiss ich. Aua, wo triffst du jetzt? Ey, du bist ein Arschloch da hinten, ne? Du bist ein Hurensohn und deinem... Ach, nee, ehrlich. Es geht mir auf den Sack, Alter. Sach mal an, Junge. Schieß mich jetzt doch irgendjemand ab, ne, hier. Den werde ich eigenhändig ausschlitzen und sein... Wahrscheinlich, komm, wahrscheinlich. Wo, woher kommst du, Junge? Bist du vom Himmel geflogen oder was? Gott, doch, Gott, doch, Gott, doch, Gott, ey. Ich bleib' jetzt genau hier auf dem Fleck. Ach, hier, da ist er doch. Hier, du hast mich gerade getötet. Du Schwuchtel. Ja, haste, der hat eine doppel- und dreifachseitung gemacht, Junge. Mann, 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 hier, du. Ey, lass mich in Ruhe hier, Wichser. Dann fick ich dich. Komm doch jetzt raus. Mein Gott, noch mal, du verpiffst dich da doch jetzt. Cool, Junge. Ja, komm, treff mich, du Wichser, Junge. Ich f*** dich auseinander, Junge. Gib dir ein Headshot nach anderen, jetzt. Pass auf. Wo bist du? Da bist du nicht. Ah, hier. Medwus liegt schon. Ey, du sollst keine Granate hinter mich herwerfen, du Arschloch. Sag mal, brennst du oder was? Mann, 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 du. Ich muss sie umfliegen. Für einen Crash krieg ich nicht genug bezahlen. Mein Gott, noch mal, ihr verdammte Dübelblicksen, du. Du Jungfrau, Alter. Mann. 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 Verpiss dich jetzt da, Junge. Ich krieg gleich Corona, Alter. Auf drei Stufen, Mann. Du störst mich auch, du Wichser. Und du auch. Und du da hinten auch, Junge. Verpiss dich da hinten jetzt. Bin ich hier voll in der Sackgasse, ey. Fuck you, Mann. Fuck you, Alter. Fick dich, Mann. Du Nutte. Du Straßennutter, Junge. Verpiss dich da hinten jetzt. Das war nur eins. Verpiss dich jetzt. Warum eigentlich immer auf die dicken Leute? Ich bin zwar nicht dick, aber trotzdem. Ich schwitze hier wie beim Kacken. Nee. Mann, 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 Mann. Und so ein Junge. Ganzes Magazin auf die verballert, ey. Stimmt mit dir denn nicht? Mann, 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 du. Das Ding hat sich mal gedreht da hinten. Das Ding hat sich mal gedreht. Das ist ein Coronavirus, ist das hier drin, ey. Stirb da hinten, Junge. Du auch. Du machst einen doppelten Rückwärtshaltung. Ich sag dir das. Und eben hin, Junge. Er läuft da hinten rum. Meist du, ich sehe dich nicht? Tschüss. Knie nieder, Junge. Und stirb. Danke. Alter, Junge, das sind ja noch mehr Zecken da unten, Junge. So viel Magaziner hab ich gar nicht. Ups, Salah. Was sind eh da oben jetzt? Meist du, ich sehe dich nicht mit deinem Helm da unten? Ja, siehst du, ich sehe dich doch wohl, ne? Also, blöd bin ich nicht, oh. Ach, hier unten sind auch... Irgendein mal trifft mich hier die ganze Zeit. Au, aua. Du stirbst auch? Aber wie viele sind hier noch? Wie viele Ameisenkinder? Ach, hier da unten steht auch noch einer zu schießen. Wo ist er denn? Kopfschuss. Bitteschön. Schlaf gut. Ich hab nur noch 18 Schuss, Alter. Damit treff ich doch nix. So, für jede eine Kugel. Äh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da hinten ist er. Tschüss. Hier ist es so ruhig. Wie schaut's da hinten aus? Halt, Schopp. Einer ist hier noch irgendwo. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Ich glaube, ich kacke ab in meinem... BH, Junge. Die Chris... Du, die... Ich laufe da gleich irgendwie. Ich versteh's nicht. Warum krieg ich die nicht? Boah, gleich hat mein Controller im Bildschirm ein Loch reingehoben, wenn das so weitergeht, das Spiel. Das ist anstrengend. Das ist nervig, Alter. Mann, Junge. Da kann man auch nicht hochgehen, ey. Das ist doch so zum Mäusemelden hier, ne? Ich kenne da noch hier. Ich kenne da noch nicht hochgehen, wenn das so weitergeht, das so weitergeht, das so weitergeht, das so weitergeht. Mein Gott, nochmal, du verdammtes Drecksding hier, Junge. Ich f*** dich auseinander, Junge. Mann, Alter. Und wo bist du da hinten, Junge, auf deinen scheiß Drahtesel? Mann, Alter. Lassen Sie auf damit und landen Sie für das verdammte Flugzeug. Wir sind unterwegs. Habe, der weiss! Nein, 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 nein. Wir haben nicht weitergeht. Wir haben nicht altersre Trinity. Wir sind alle, dass die Raketen auf bordet. Du, der weiss! Wir sind da! Irgendwo ist der hier. Irgendwo. Ich schwöre, ich krieg dich, Kollege. Du brauchst dich nicht verstecken, oder? Alter. Der Sackgesicht, der Sackgesicht da hinten, ne? Auf sein scheiß Maschinenpistolen-Gewehr, Junge. Du kannst mich gar nicht sehen auf 500 Meter, Mann. Junge, das ist ein Spiel. Gott, Alter, ehrlich. Ja, 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 ist in Ordnung. Fick dich ins Knie, du kleiner, ässiger, salamische Wichskugel da hinten. Du, verpisst dich jetzt da hinten. Mann, du auch. Stirb, Junge. Du auch, Junge, ich hab zu dir... Sag mal. Ich glaube, das hat er wohl. Granate! Oh, wo will er denn eine Granate werfen? Unter mir, oder was? Ist ja süß. Das ist ja süß von ihm. Spaß, Alter. So, Beeilung! Wir müssen Nikolais Flugzeug erreichen! Weiter, Richtung Westen! Weiter, Richtung Westen! Weiter, Richtung Westen! Oh! 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 Drei, oh! Oh! Da! Ja, nicht aufschüttet! Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott, ist das anstrengend, das Schwier, Junge, das, das, nee, das strengt meine armen Gehirnzellen an, Leute, wisst ihr das eigentlich? Was denn? 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 Was denn?